wird witzig rang 5 lach aber wieder null panzerung und das treiben 276 auf 77 kommt über durch sieht irgendwie aus wie geklade wieder null panzerung ich kann jetzt leider nicht sagen wie viel durchschlag das ding hat ist in toes oder haben es tatsächlich geschafft drüber zu schießen ich bin die schweden noch mal einer von den dingen auch schutzpositionen ich bin ich bin ja verrutscht hier war das der mauer und jetzt kommt der wo item auch noch mal sehen will das trifft 103a das abprallwunder vor dem handen 122 122 ich bin echt abgepresst ich bin echt Der Ficka! Werft! Der Ficka! Ficka, man! Warte, wirst du nur noch drei, okay. Gut, das ist lang fünf. Wird witzig mit diesem Toast, ich bleib dabei, keine Panzerung, dafür Kanonen, die überall durchkommen.